So, ich weiß nicht, ob überall vergangene Nacht so viel Krawall über Deutschland oder den Städten war. Nicht überall. Aber, also das hat schon mächtig. Ja, es war in Berlin schon ordentlich, ne? Ja, ziemlich. Und vor allem sehr blitzträchtig. Und sehr laut. Ja, kam auch ein bisschen Regen runter, aber ich meine, war ja ganz gut. Ein bisschen? Ja, ich meine, nachts immer eigentlich gar kein Problem, da kann es gerne regnen, aber derzeit passt es ja eigentlich in diesem August, also so ungefähr kann man sagen. Guten Morgen. Und die Kaltfront, die Thomas jetzt gerade meinte, die ist nämlich aus dem Nordosten Europas, die hat uns nämlich fast überquert, also gestern schon im Laufe des Tages und dann auch in dieser Nacht. Ja, und nun übernimmt mehr und mehr Hochdruckeinfluss unser Wetter, welches von den Azoren bis zum Mittelmeer und auch dem Schwarzen Meer reicht. Und dabei liegen wir in einer schwachen westlichen Strömung, die mäßig warme Luft zu uns führt. Tja, und so ziehen also die Reste der Kaltfront samt letzter Niederschläge vormittags über die Oder-Neiße ab. Von den Küsten bis nach Baden-Württemberg geht es zwar noch mit vielen Wolken los, ja, und auch im Alpenvorland wird es dann am Nachmittag und Abend immer mal wieder etwas nass werden. Im südlichen Bayern können auch noch einige Gewitter mit von der Partie sein, aber von Westen her wird es im Laufe des Tages immer netter, oftmals sonnig, vor allem dann am Nachmittag von Hessen und Rheinland-Pfalz bis zum Bodensee. Und das alles bei doch recht angenehmen Höchstwerten, also 22 Grad wären es auf Sylt und in Warnemünde auch an der Ostsee bis hin zu 28 im Breisgau. Morgen stellt sich das Wetter dann im Norden und Osten nochmals leicht unbeständig, ansonsten erwartet sie tolle Sommerwetter mit bis zu 30 Grad im Westen und Süden. Am Samstag kann man eigentlich die kurzen, leichten Schauer im Westen vernachlässigen, sagen wir es mal so, und dann starten wir in eine Phase mit fast lupenreinem Sommerwetter. Ich habe so einen Montag hier auf einer Karte oder so einen Tag noch nicht gesehen. Ja, deswegen. Das ist ja Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass es diese Karte gibt. Wenn nichts Schiff geht, bin ich nicht da am Montag. Danke, Marira, fürs Wetter. Dankeschön. Sehr gern. Vielen Dank.